Satans Wirken als Engel des Lichtes Fatima In der letzten Zeit kämpft der Satan mit allen Mitteln, auf das sich die Seelen ihm verschreiben und verloren gehen. Und sein Trick ist, sie zu verstricken in Irrtum, sie glauben zu lassen, den Rest zu verbringen. Sie glauben, den rechten Weg zu gehen und doch ihre Wege so zu verwirren, dass sie nicht merken, dass sie in die Tiefe führen, weil sie auch nicht das ernste Verlangen haben, den Weg zur Höhe zurückzulegen. Die Menschen lassen sich genügen daran, dass ihnen gesagt wird, der Weg führt zur Höhe, aber sie selbst achten nicht darauf, ansonsten sie wohl bemerken würden, dass er bergab führt. Und er bedient sich zur Irreführung so vieler Mittel, die alle weit abweichen von der Wahrheit, die ein einziges Knäuel von Betrug sind, doch so gut getarnt, dass eben der Mensch aufmerksam sein muss, um ihm nicht zu verfallen. Und das beste Mittel düngt ihm die Mutter Jesu, die er vorerst den Menschen in den Vordergrund rückt, auf das sie über ihre Verehrung und Verherrlichung des eigentlichen Erdenlebenszweckes vergessen, die Bindung mit Jesus Christus selbst zu suchen, von der allein das Seelenheil des Menschen abhängig ist. Es ist also scheinbar ein gerechter Liebeakt, den sie der Mutter Jesu gegenüber vollziehen, der aber Auswirkungen hat, die der Satan verfolgt. Verringerte Liebe zu dem göttlichen Erlöser selbst, der gleichsam zurückgestellt wird. Es ist aber die Erdenlebenszeit zu kurz, als dass das Erreichen des Zieles Umwege verträgt, und es gehen die Menschen lange Umwege, die nicht direkt zu Jesus Christus ihre Zuflucht nehmen, zu jeder Stunde des Tages. Die Verbindung mit ihm ist so überaus wichtig, dass sie nicht oft genug hergestellt werden kann, und dass schon aus diesem Grunde jede Verherrlichung der Gottesmutter ein Abweichen des eigentlichen Lebensbestrebens bedeutet, eben diese Bindung mit Jesus Christus herzustellen, von der allein das Seelenheil eines Menschen abhängig ist. Und diese Bindung also sucht der Gegner Gottes mit allen Mitteln zu verhindern, was ihm am besten gelingt, indem er desto mehr die Gedanken der Menschen auf Maria zu lenken sucht, und ihm dies auch möglich ist, durch Erscheinungen ungewöhnlicher Art, deren Urheber er selbst ist, der aber unter der Maske eines Lichtengels sich sichtbar macht, den Menschen, die besonders geeignet sind dafür, übersinnliche Dinge wahrzunehmen. Durch diese Erscheinungen sagt er den Menschen Dinge voraus, die er wohl erkennt, als kommend, und macht so den Eindruck von Glaubwürdigkeit geltend, obwohl dies nur ein Tarnungsmanöver ist, um desto größere Verwirrung zu stiften. Und immer wird er sich in den Mantel des geheimnisvollen Hüllen, immer Verborgenes behaupten, immer mit dem Verbot, es öffentlich kundzugeben, weil dann seine Lügenhaftigkeit erkannt werden könnte. Es sind immer nur versteckte Angaben, die er machen wird, weil ihm die genaue Kenntnis fehlt, aber auch er zuweilen in hellen Momenten den Ernst der Zeit erkennt, in der auch ihm selbst das Handwerk gelegt wird. Aber er kann es nicht lassen, für sich Ehre und Ruhm zu fordern, und tut dies durch den Mund jener getarnten Lichtgestalten, indem er also fordern lässt, den Bau von Kirchen und Altären, wo ihm gehuldigt werden soll, denn er selbst hält sich versteckt hinter solchen Erscheinungen. Und das ist das sicherste Zeichen eines Ungeistes, das von den Menschen gefordert wird, Ehre zu geben vor der Welt der, in deren Gewand sich die Finsternis getarnt hält. Eine Lichtgestalt aus den Himmeln wird immer nur hinweisen zu Jesus Christus und seines Erlösungswerkes Erwähnung tun. Eine echte Lichtgestalt wird keine Äußerlichkeiten, keine Bauten von Kirchen und Altären fordern, sondern die Menschen veranlassen, sich selbst zu einem Tempel Gottes zu gestalten durch die Liebe, und sie wird auch nicht versteckte Andeutungen machen, sondern künden, was alle Menschen erfahren sollen, dass das Ende nahe ist und dass die Menschen sich wandeln sollen. Eine echte Lichtgestalt wird die Menschen auch nicht zu stundenlangen Formgebeten veranlassen, sondern sie zu lebendiger Verbindung mit Jesus Christus anregen, wo ewig allein nur das Heil zu suchen ist. Ihr Menschen braucht solche Ereignisse nicht ernst zu nehmen, denn es sind von Menschen ausgeschmückte Ereignisse, die in primitiver Form auftraten und dann erst gestaltet wurden zu ungewöhnlichen Erlebnissen. Es war ein guter Boden dafür vorhanden, weil die Menschen schon zu tief in ihrer Muttergottesverehrung verwurzelt waren und daher schon kleine Ereignisse in ihnen fieberhaft arbeiteten und die Anlage schufen, immer unwahrscheinlicheren Dingen Glauben zu schenken. Aber es waren keineswegs göttlich-geistige Erscheinungen, die in den Menschen den Glauben an die Verehrung der Gottesmutter verstärken sollten, deren Wille es nicht ist, sich hervorzutun vor ihrem Sohn Jesus Christus, sondern die stets nur ihn und sein Erlösungswerk herausstellen wird, wenn sie jemals in Erscheinung tritt. Denn das Ziel des Menschen ist die Vereinigung mit Gott in Jesus Christus, die zu jeder Stunde und an jedem Tag angestrebt werden soll und dies der rechte und einzige Weg ist, der auf Erden gegangen werden soll. Amen. 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 Amen.